Willkommen zu einem neuen TechnikDeals Video auf meinem Unboxing Video Kanal und hier habe ich wieder fünf besondere TechnikDeals ausgesucht. Fangen wir gleich mit dem TechnikDeal 1 an. Das ist eine all in one kabellose Multi-Touch Tastatur für Laptop, PC, Smart TV, Playstation 4, Xbox One und so weiter. Bei diesem TechnikDeal sollte man aber aufpassen, denn es gibt mehrere Verkäufer. Wenn das ganze durch Amazon verkauft wird, dann kostet es jetzt nur 19,99€ statt 22,99€. Das ist eine Ersparnis von 13% bzw. 3€. Aber es gibt auch andere Verkäufer und hier zum Beispiel Dastro. Der Verkauf über Dastro kostet dieses Gerät 47,29€. Also wenn man jetzt unterhalb des Videos den Link zu dieser Tastatur drückt, dann und es kommt nicht der richtige Preis, dieser Preis um 19,99€, dann sollte man hier neu ab 1999 drücken, diesen Link und dann wird man hier zu allen Angeboten weitergeleitet. Und hier ist Verkäufer Amazon.de und genau diesen sollte man dann aussuchen. Denn es ist ja ein ziemlich großer Unterschied, ob man jetzt 47,29€ zahlt oder nur 19,99€ zahlt. Und wie gesagt, auch das ist schon der günstigere Preis. Normalkoste des 22,99€. So, gehen wir dann weiter zum TechnikDeal Nummer 2. Hier habe ich einen Überspannungsschutz ausgesucht von Belkin. Ein Überspannungsschutz ist, ja, ein Schutz gegen Überspannung. Das kann wegen einem Blitzeinschlag in der Nähe sein und da ist es immer gut, wenn man wichtige Geräte, besonders teure Geräte, auf so einen Überspannungsschutz ansteckt. Wir nutzen für alle unsere PCs einen Überspannungsschutz. Einfach, ja, als Absicherung. Und, ja, hier habe ich eines ausgesucht. Es ist einfach, da kann man dann einen Verteiler anstecken und dann die Geräte einstecken. Und dieser hat sogar noch zweimal USB-Anschluss und kostet jetzt aktuell 19,99€ statt 24,99€. Das ist eine Ersparnis von 20% bzw. 5€. So, kommen wir zum TechnikDeal Nummer 3. Hier habe ich einen 24-Zoll-Monitor von ESA herausgesucht. Das ist ein sehr beliebtes Produkt hier auf Amazon. Wie gesagt, 24 Zoll und kostet jetzt aktuell nur 99€ statt 129€. Das ist eine Ersparnis von 23% bzw. 30€. Euro. Diesen Monitor gibt es in einer kleineren Größe und in einer größeren Größe mit 27 Zoll. Das kostet auch nur 189€, aber da bekommt man keine Vergünstigung. Also nur beim 24-Zoll-Monitor kriegt man es jetzt statt 129€ um 99€. Also eine Ersparnis von 30€. So, kommen wir zum TechnikDeal Nummer 4. Hier habe ich ein besonderes Stück herausgesucht. Und hier hat man eine sehr große Ersparnis von 50%. Dabei handelt es sich um das Lenovo Ultrabook Yoga 3 Pro mit 13,3 Zoll. Und ja, das Ganze kann man so nach hinten falten. Also es ist ein ganz normales Ultrabook mit 13,3 Zoll. Aber den Monitor kann man ganz nach hinten falten. Und dann ist das Ganze auch ein Tablet. Also kann man das Tablet nutzen, hier zu sehen. Und ja, somit hat man mit diesem Lenovo Gerät ein wirklich sehr dünnes Ultrabook, das man auch nicht nur als Ultrabook, als Notebook verwenden kann, sondern auch nur als Tablet. Und ganz speziell ist der Preis. Denn jetzt kostet dieses Lenovo Yoga 3 Ultrabook nur 799€ statt 1599€. Das ist eine Ersparnis von 50% bzw. 800€. Also es ist um die Hälfte reduziert. Also das nenne ich einen wirklich großen Preisnachlass. So, ja, schauen wir mal die ganzen Spezifikationen einmal näher an. So, Lenovo Yoga 3 Pro mit einem Intel Core M5Y71 Prozessor. Nur 1,2 Kilo leicht. Die Produktabmessungen sind 45 x 35 x 10 cm. Und 13,3 Zoll Bildschirmdiagonale. Prozessormarke Intel Prozessor-Typ Core M5YC Prozessor mit 1,2 GHz. 8 GB RAM-Arbeitsspeicher. 512 GB Festplatte. SSD. Intel HD Grafik 5300 mit Windows 10 Home. Und 2000 Wattstunden. Ja, über... Ja, die Tastatur ist eine Querztastatur. Die deutsche Querztastatur. Hier haben wir noch weitere Produktbeschreibungen zum Ultrabook. Es ist ein Dual-Core Prozessor mit bis zu 2,9 GHz Taktfrequenz. 16,9 Touch-LED-Display. Glänzend Webcam ist verbaut. Wie gesagt, 8 GB Arbeitsspeicher. 512 GB SSD Festplatte. Eine Micro-HDMI-Schnittstelle. USB 3-Schnittstelle. WLAN, Bluetooth. Windows Home 10. 64 Bit. Akkulaufzeit bis 9 Stunden. Und das Ganze nur 1,2 Kilo. Ja. Und ganz besonders wichtig. Ja, der Preisnachlass. 50% Ersparnis. Statt 1599 Euro. Jetzt nur 799 Euro. Und man bekommt wirklich ein super hochwertiges Gerät. Und das um 50% billiger. Also um 800 Euro günstiger als der herkömmliche Preis. So. Dann kommen wir zum Technik-Deal Nummer 5. Hier habe ich wieder ein Lenovo-Gerät. Es ist ein Desktop-PC. Also ein Gaming-PC. Das Lenovo Idea Center Y900 Gaming Desktop-PC. Mit Intel Core i5-6600K Quad-Core Prozessor mit 3,9 GHz. 8 GB RAM. 122 GB SSD. Plus 1000 GB. Plus 1000 GB. Herkömmliche Festplatte. Nvidia GeForce GTX 980. Grafik Prozessor. Windows 10. Und in schwarz. Der Preis normal 1699 Euro. Und jetzt im Angebotspreis um 1099 Euro. Das ist eine Ersparnis von 35% bzw. 600 Euro. Also es ist um 600 Euro billiger als sonst. Diesen Gaming-PC gibt es auch mit einem i7-Prozessor. Aber auch dort eine Ersparnis. Dort mit einem i7-Prozessor. Mit dem i7-6700K Prozessor. Kostet das Gerät normalerweise 1.999 Euro. Aber jetzt gibt es dieses Gerät um 1.499 Euro. Eine Ersparnis von 25% oder 500 Euro. Also das ist schon mal nicht schlecht. So, aber die größere Ersparnis 600 Euro beim Gerät mit dem i5-Prozessor. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Es hat einen Intel Core i5-6600K Prozessor mit 3,5 GHz Datfrequenz. Mit Turbo Boost bis zu 3,9 GHz. Zwei Festplatten, eine herkömmliche mit 1 TB plus 8 GB SSH-HD und 120 GB SSH-D. 7,1 Surround-Sound-Unterstützung. Starke Nvidia GeForce GTX 980 Grafik mit 4 GB Grafikspeicher. 2 Jahre Hersteller-Garantie bei Verkauf und Versand durch Amazon. Und ja, dazu bekommt man noch eine USB-Maus, USB-Tastatur, Netzkabel und die ganzen Unterlagen. Ja, insgesamt hat es eine Festplattengröße von 1.128 GB, 4 USB 2.0 Schnittstellen. Ansonsten, ja, das Gerät 15 Kilo und die genaue Modellbezeichnung ist Ideacenter Y900-34ISZ. Ja, ein tolles Gaming-PC mit 600 Euro Ersparnis. So, das war's wieder mit den 5 Technik-Deals vom 5. September. Und einfach mal, ja, die ganzen Technik-Deals hier durchklicken und wenn etwas Interessantes dabei ist, dann sofort zuschlagen, bevor der Preis wieder in die Höhe geht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020